Servus zu Tausendhalbe für einen guten Zweck. Ich bin ein Hut und ein Brüllen und zwei Hände. Heute haben meine zwei Hände wieder mal gewaltig duscht. Und wenn ihr mal keinen Körper dabei habt, aber eine Jackflasche, dann nehmt doch die zum Bier aufmachen heute. Prost! Oh, das hat er jetzt nicht ganz hin, glaube ich. Das ist jetzt scheiße. Das müssen wir mal ändern. Find's doch bloß wieder ich. Prost! Die schmeckt ganz anders. Fourth, im Heuer. Warte, du hast das praktisch. Da war er ein Stück. Vielen Dank.